. 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 Hätten wir den wilden Knoblauch nicht auch morgen früh suchen können? Auf gar keinen Fall! Das Licht des Vollmondes begünstigt die Entwicklung vampirzerstörender Antikörper im Knoblauch. Das Sonnenlicht reduziert diese um 50 Prozent. Deswegen ist der bei Vollmond gepflückte Knoblauch die bevorzugte Waffe aller Vampirjäger. Ich will ins Bett. Was war das? Das klingt nach einem humbligen Wolf. Dracula, seit dann kann der nicht fliegen, sonst würde er uns jetzt zum Abendessen verspeisen. Da unten sind ja Sunshine und Professor Polidori. Was macht denn deine kleine Menschenfreundin noch so spät hier draußen? Die suchen wilden Knoblauch. Das ist so ekelhaft. Genau das würde deine kleine Freundin sagen, wenn sie erfahren würde, was du in Wirklichkeit bist. Ich will wissen, was dieser Wolf vorhat. Der hat es auf das Blondchen und ihren Großvater abgesehen. Du, Großvater, sind wir hier draußen auch in Sicherheit? Ja, aber natürlich, mein Kind. Aracula! Ihr geht eine Spinne! Keine Angst, Aracula, ich werde dich retten. Ih, eine Fledermaus! Geh weg, geh weg! Du magst nicht, meine Enkelin anzugreifen, du Höllenkreatur! Aua, du sollst nicht mich schlagen, Großvater. Hattest nicht nur mal, du elende, fliegende Ratte. Ratte? Das ist wirklich ungeheuerlich. Polidori hat mal wieder einen Sieg herum gegen eine Kreatur der Nacht. Oh nein, ich muss das verhindern. Da ist noch einer. Dienburg, dann haben wir es. Gruftine, lock die beiden zum Sumpf, bevor der Wolf sich befreien kann. Ich habe einen Plan. Sei vorsichtig. Du auch. Du auch. Moment mal. Du bist gar keine Fledermaus. Du bist ein Vampir. Hey, nicht zu spüren. Großvater. Ich habe eine Überraschung für dich. Ich hoffe, dass Oskar weiß, was er tut. Hey. Warte, ich habe ein tödliches Leckerli für dich. So ist es brav. Folgt mir. Großvater, warte. 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 Was? Nein, ich bin doch gar nicht erinnert. Ich bin jetzt mal. Ah, Sunshine. Professor Polidori, was macht ihr denn noch so spät hier? Das erzähle ich dir später. Jetzt schnell ins Boot. Wir jagen einen Vampir. Los, ihr zwei, wir haben keine Zeit zu verlieren. Großvater, sieh mal da, der Wolf. Sunshine, spring ins Boot, schnell. Rudern, rudern. Ja, kehr zurück zu deinem Rudel und erzähl ihm von dem unschlagbaren Professor Polidori. Geschafft. Wo steckt denn nur diese fliegende Vampirratte? Oscar, ich bin ja so froh, dass du hier bist. Du hast unser Leben gerettet. Ähm, ach was, das war doch gar nichts. Wirklich? Nein, nein, das war ganz toll. Und es bedeutet mir sehr viel. Vielen Dank. Das ist sehr nett von dir. Vielen Dank. Ah, sieh mal. Der Mond. Wie der so scheint. Der Mond. Deine Haare sehen heute besonders hübsch aus. Wer interessiert sich schon für deine jämmerliche menschliche Existenz? Es ist meine Spinne, um die ich mir Sorgen mache. Dieser Wolf hat zu keinem Augenblick eine Gefahr dargestellt, Sunshine. Wenn der nur einen Schritt näher gekommen wäre, hätte ich ihn in die Hölle geschickt mit meinem. Ach ja? Knoblauch wirkt ja gar nicht bei Wölfen richtig. Nun ja, vielleicht kann man doch noch nicht reden, dass du plötzlich hier aufgetaucht bist. Großvater, tu das eklige Zeug weg. Nun, Sunshine, die Nacht ist für uns noch nicht zu Ende. Wir müssen erst noch einen Vampir fangen. Ah, schon wieder diese Spinne. Da ist ja meine Süße. Geh weg! Sunshine, nicht doch das Arm an deiner Mutter. Was habe ich nur getan? Aracula, bist du verrückt geworden? Fische fressen auch gerne Spinnen. Ich weiß, dass das ziemlich komisch klingt, aber ich glaube, dass die Spinne uns helfen will. Das ist völlig unmöglich. Dieser widerliche kleine Blutsauger ist ein Vampir in Spinnenform. Aracula, komm aus dem Wasser raus, bevor es zu spät ist. Oh nein! Wim? Fass auf, kleine Spinne! Wolltest du uns nochmal einen kleinen Besuch abstatten, Vampir? Ja, aber jetzt bist du dran! Ja! Ich rette dich, kleine Spinne! Gut, du bist in Sicherheit. Aber ich nicht. Großvater, was ist denn passiert? Diese widerliche Vampirfliedermaus hat mich angegriffen, aber das nächste Mal werde ich darauf vorbereitet sein. Aracula! Brauchst du Hilfe? Das Armband meiner Mutter? Hier. Vielen Dank, mein kleiner Freund. Entschuldige, aber dieses achtbeinige Monster ist nicht dein Freund, Sunshine. Schluss jetzt mit dem Mundfug. Wir machen uns auf den... Oskar! Oh Mann, ist das nass! Ach, herrje! Und bloß die... Oskar! Mit diesem Seehosenblatt auf dem Kopf siehst du aus wie ein kleiner Vampir. Wirklich? Du siehst so süß aus, Oskar! Er macht mich noch ganz krank. Großvater! Darf ich diese lebenswerte kleine Spinne mit nach Hause nehmen? Hä? Naja, ähm... Jetzt sagen Sie bitte nicht, dass diese kleinen Krabbler Vampire in Spinnenform sind. Diese kleine Spinne ist so süß! Hä? 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 Hey, guckt mal! Wow! Ein lebendiges Jojo! Ist das nicht toll, Großvater? Hoppla! Mach's gut, kleine Spinne! Lebt wohl! Kommt jetzt, ihr zwei! Wir gehen nach Hause! Dieser von Vampiren verseuchte Wald ist nichts für Menschen! Ähm, äh... Aber ich muss in diese Richtung. Aber ich muss darauf bestehen, dass du das hier zu deinem Schutz mitnimmst. Äh, vielen Dank, Professor! Äh, gute Nacht, Sunshine! Du hast wirklich seltsame Freunde, mein Kind! Hm? Aracula, du bist so eine Verräterin! Hä? Und was dich angeht, Oscar von Horeticus, du, 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 du stinkst! Hey, ein kleines Dankeschön hätte genügt! Diese kleine Spinne ist so süß! Jetzt, bäh! Nimm mich in Acht, denn wir sind Papiere und unser Kuss ist kälter als Eis! Nimm mich in Acht, denn wir sind Papiere, du bist keine Weiß, wenn ich dich weiss! Wenn ich dich weiss! Tschüss! Vielen Dank.